Es ist 10 nach 12, schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Am helllichten Tag liefern sich am Wochenende in der Innenstadt von Hannover ein Lamborghini und ein Porsche-Fahrer offenbar ein illegales Autorennen. Dabei gerät der Lamborghini-Fahrer in den Gegenverkehr und touchiert dabei eine Radfahrerin. Der Fahrer des Sportwagens flüchtet daraufhin vom Unfallort. Großbrand bei Wiesenhof in Niedersachsen. Das Feuer auf dem Gelände der Geflügelschlachterei Lohne war am Montagnachmittag ausgebrochen und hat fast 500 Einsatzkräfte bis heute Morgen beschäftigt. Jetzt fragen sich alle, was waren die möglichen Ursachen für das Großfeuer? Ein Hamburger Freizeitkapitän musste am Wochenende von der Feuerwehr aus einer ungünstigen Lage befreit werden. Der 72-Jährige war nämlich in die Motorraumluke seines Sportbootes gestürzt und kam von da alleine nicht mehr raus. Apropos gute Geschichte, als Monika Heuer und ihre Tochter in ihren Garten schauen, trifft sie regelrecht der Schlag. Zwei große Buchen und ein Kiefer liegen abgesägt am Boden. Tja, wer hat das gemacht? Die Heuers sind entsetzt, benachrichtigen sofort die Polizei. Einen Verdacht hegen die beiden aber schon. Kurz vor Geschäftsschluss stürmen drei bewaffnete junge Männer eine Spielhalle in Essen. Ein Gast setzt allerdings zum Gegenangriff an und wirft mit einem Stuhl nach einem der Täter. Das treibt die Kriminellen in die Flucht. Mitte Februar war das. Doch wer glaubt, der missglückte Unfall oder Überfall vielmehr sei ihnen eine Lehre gewesen, der irrt. Achtmal schon haben die Männer, die einer Bande angehören sollen, bisher zugeschlagen. Eine junge Frau wird von einem nackten Mann mit Maske verfolgt. Die Studentin berichtet dann über diesen Vorfall im Internet. Klingt wie in einem schlechten Film, doch die Polizei bestätigt alles. Kein Einzelfall. Wochenlang werden immer wieder ähnliche Fälle von Exhibitionismus in Kiel gemeldet. In Zeiten teurer Energie heizen immer mehr Deutsche mit dem Holz aus den heimischen Wäldern. Doch so einfach losziehen und Bäume umlegen ist natürlich verboten. Wer sein Brennholz für Kamin und Ofen selbst absägen will, der muss unter anderem erst einmal den Kettensägen-Führerschein machen. Sicherheit geht nun mal vor. Und darüber hinaus müssen Hobby-Waldarbeiter noch so einiges mehr beachten. Tja, wirklich herrlich. Wohin eigentlich mit dem geliebten Hund, wenn man mal länger verreisen möchte? Oder tagsüber den Hund nicht mit ins Büro nehmen darf? So eine Kita für Hunde wäre genau das Richtige. Unser Reporter Thomas Hass trifft aus seiner Expedition Deutschland unter anderem Robert Blank, der mit seiner Hundepension seinen Lebenstraum erfüllt hat. Nach den Startkoordinaten geht's wie immer los. Da freuen sich bestimmt schon alle drauf. Ganz herzlichen Dank, Thomas Hass nach Mecklenburg-Vorpommern. Morgen nehmen wir Sie natürlich mit auf eine neue Expedition Deutschland, liebe Zuschauer. Dann geht's nach Sachsen-Anhalt. Ja, auch wenn die Feiertage vorbei sind, der Appetit aus Schokolade bleibt bekanntlich zeitlos. Und das nächste Fest kommt bestimmt. Und dann könnte vielleicht diese Torte hier hinter uns was für Sie sein. Das Rezept können Sie gleich online ausdrucken. Aber natürlich erst mal hier die Kostprobe mit Bild und Ton. Eigentlich viel zu schade zum Verspeisen. Aber auf drehscheibe.zdf.de, liebe Zuschauer, finden Sie natürlich wie immer das Rezept bei uns. Viel Spaß beim Nachbacken. Eine echt scharfe Entdeckung macht ein Autohändler aus Niedersachsen, als er von seinem Mitarbeiter zu einem seiner Gebrauchtwagen gerufen wird. Ja, und zuerst traut er seinen Augen nicht. Aber vorne hat es sich tatsächlich jemand besonders gemütlich gemacht. Also ich habe schon viele Schafe am Steuer im Verkehr gesehen. So, und jetzt zu einer Freundschaft, die tausenden von Kilometern trotzt. Ein ganz kleiner Pinguin schwimmt nämlich vom Süden Argentiniens nach Brasilien. Und das jedes Jahr, nur um seinen einstigen Lebensretter dort einen Kuss zu geben. Eine wunderbare Geschichte zum Schluss. Und das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet, auf heute.de oder jetzt gleich im Anschluss im ZDF-Mittags-Magazin. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis morgen. Ich zähl auf Sie.